Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie vertreten ein mittelständisches Unternehmen und werden bis 2018 voraussichtlich zum ersten Mal eine Stoffregistrierung unter REACH vornehmen. Ich möchte Ihnen daher eine kurze Einführung in die Registrierung von Stoffen geben und dabei Ihre wichtigsten Fragen beantworten. Warum gibt es die Stoffregistrierung? Wer sind die verantwortlichen Akteure? Was wird registriert? Und wie läuft eine Registrierung ab? Wohin wird das Registrierungsdossier übersandt und bis wann müssen Sie registrieren? Mein Name ist Dr. Doris Thiemann und ich arbeite bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA in Helsinki zum Aktionsplan REACH 2018. Ich möchte Sie heute einladen, sich ein erstes Bild von der REACH-Registrierung zu machen. Und das können Sie wörtlich nehmen, denn sie erwartet keine Folienpräsentation. Die Abkürzung REACH steht für das heute geltende Europäische Chemikaliengesetz zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. REACH ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten. Das R steht für die Stoffregistrierung, die ich Ihnen hier heute näher vorstellen möchte. Warum gibt es REACH? Vor REACH wurden in Europa ca. 100.000 Stoffe vermarktet, von denen vielfach Informationen über ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt fehlten. Das Ziel von REACH ist es daher, die europäische Industrie zu verpflichten, die Verantwortung für die sichere Verwendung ihrer Stoffe und Produkte zu übernehmen. So sollen signifikante, nachteilige Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt minimiert werden. Mit der Stoffregistrierung demonstrieren sie die sichere Verwendung ihrer Stoffe. Die Behörden bewerten ihre Stoffdaten und überprüfen damit die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Und EU-weite Risikomanagementmaßnahmen wie die Zulassung und Beschränkung gelten für besonders besorgniserregende Stoffe. Gleichzeitig strebt REACH an, die Innovationskraft der Wirtschaft zu stärken, indem Anreize geschaffen werden, neue Verfahren und Stoffe zu entwickeln. REACH bedeutet einen Paradigmenwechsel. Hersteller, Importeure und Alleinvertreter von Nicht-EU-Herstellern sind für die sichere Handhabung ihrer Stoffe entlang der gesamten Lieferkette verantwortlich. REACH ist ein Stoffrecht. Die Registrierungspflicht betrifft alle Stoffe, die in der EU hergestellt oder in die EU importiert werden, und zwar in Mengen von mehr als einer Tonne pro Jahr, pro Hersteller oder Importeur. Wie funktioniert nun die Stoffregistrierung für Sie in der Praxis? Zunächst einmal müssen Sie klären, ob Sie der Registrierungspflicht unterliegen. Dies hängt unter anderem von Ihrer Rolle in der Lieferkette, von Ihrem Stoff, seinen Verwendungen und seiner Menge ab. Sollten spezifische Regelungen für Ihren Stoff gelten, so kann er auch von REACH oder von der Registrierung in REACH ausgenommen sein. Grundsätzlich müssen Sie Ihren Stoff registrieren, bevor Sie ihn herstellen oder in Verkehr bringen. Für sogenannte Face-In-Stoffe gelten Übergangsfristen, sofern Sie diese vorregistriert haben. Das Wichtigste, das A und O, ist zunächst einmal die korrekte Identifizierung Ihres Stoffes. Beginnen Sie am besten mit der Erstellung einer Stoffliste. Für die Identifizierung und Bezeichnung Ihrer Stoffe unterscheidet man drei Stoffgruppen. Stoffe mit einem Hauptbestandteil über 80% oder mit mehreren Hauptbestandteilen über 10%, wobei diese Hauptbestandteile namensgebend sind. Darüber hinaus gibt es Stoffe unbekannter, variabler Zusammensetzung aus chemischen Prozessen oder von biologischem Ursprung, die über den Herstellungsprozess oder die Ausgangssubstanz definiert werden. Um fundierte Entscheidungen zu Risikomanagement-Maßnahmen treffen zu können, benötigen Sie Informationen über die Verwendung Ihrer Stoffe und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette. REACH verlangt von Ihnen auch Kenntnisse über die operationellen Bedingungen und die angewandten Schutzmaßnahmen Ihrer nachgeschalteten Anwender. Die Kommunikation innerhalb der Lieferkette ist daher sehr wichtig. Im nächsten Schritt müssen Sie alle verfügbaren Informationen über die intrinsischen Eigenschaften des zu registrierenden Stoffes erheben. Sie benötigen dieses Wissen über die physikalischen, chemischen, humantoxischen und umwelttoxischen Eigenschaften, um die sichere Verwendung Ihrer Stoffe zu gewährleisten. Dabei gibt REACH Informationsanforderungen vor. Je größer das potenzielle Risiko, desto mehr Daten werden gefordert. Wichtig ist hierbei auch die Qualität der Daten, also die Relevanz, die Angemessenheit und die Verlässlichkeit der Testergebnisse. Um Datenlücken für Ihren Stoff zu schließen, dürfen Tierversuche nur das letzte Mittel der Wahl sein und alternative Testmethoden haben immer Vorrang. Das REACH-Prinzip Ein Stoff, eine Registrierung unterstützt Sie bei der Erhebung von Stoffdaten. Alle Hersteller und Importeure ein und desselben Stoffes arbeiten zusammen im CIEF, dem Forum zum Austausch von Stoffinformationen. Im CIEF trägt jeder Einzelne mit seinen Informationen und Daten zur gemeinsamen Registrierung bei und übernimmt anteilig die Kosten, die der Tonnage und den Verwendungen seines Stoffes entsprechen. Die Datenteilung hat fair, transparent und nicht diskriminierend zu erfolgen. Achten Sie darauf, dass Sie nur die Daten erwerben, die Sie für Ihre Registrierung benötigen oder die Ihnen noch zu Ihrer Registrierung fehlen. Für ungefährliche Stoffe von 1 bis 10 Tonnen pro Jahr benötigen Sie nur physikalische und chemische Daten. Sollten jedoch die Kriterien des REACH-Anhang 3 erfüllt sein, ist ein vollständiger Datensatz erforderlich. Dieser ist noch umfangreicher für Stoffe von 10 bis 100 Tonnen pro Jahr. Dann benötigen Sie auch eine Stoffsicherheitsbeurteilung, die Sie in einem Stoffsicherheitsbericht zusammenfassen müssen. Wie läuft so eine Registrierung nun praktisch ab? Nachdem alle Informationen vorliegen, werden die gemeinsamen Daten zunächst von einem führenden Registranten in seinem Dossier zusammengestellt und eingereicht. Aber auch jeder einzelne Registrant benötigt sein eigenes Registrierungsdossier mit individuellen Angaben zum Unternehmen, der Stoffidentität und der Verwendung in der Lieferkette. Wenn auf alle Stoffinformationen des führenden Registranten Bezug genommen wird, kann die Registrierung zukünftig online erfolgen. Bei Einreichung eigener Daten müssen Sie Ihr Dossier in Juclid erstellen. Ecker stellt Ihnen diese Software kostenlos zur Verfügung. Die Registrierung erfolgt über das Internetportal ReachIT. Hier erstellt der führende Registrant die gemeinsame Registrierung, der alle Hersteller und Importeure desselben Stoffes beitreten müssen. Dies erfolgt über einen sogenannten Token, den der führende Registrant zumeist nach Zahlung für einen sogenannten Letter of Access überreicht. Sobald der führende Registrant das Dossier eingereicht hat, können die anderen Registranten des CIVs Ihr Registrierungsdossier an die Ecker senden. Dabei gibt es strikte Regeln für die Annahme eines Registrierungsdossiers. Alle erforderlichen Daten müssen vorhanden sein. Abweichungen von den Datenanforderungen müssen wissenschaftlich fundiert begründet sein. Und die Registrierung identischer Stoffe muss innerhalb einer gemeinsamen Registrierung erfolgen. Ecker scannt jedes einzelne Dossier automatisch und ausgewählte Dossiers individuell. Nur wenn das Dossier alle Anforderungen erfüllt und Sie die Registrierungsgebühr überwiesen haben, erhalten Sie die Registrierungsnummer. Einen Tipp? Bitte geben Sie in REACH IT Ihren Unternehmensstand gemäß der EU-Definition für KMU an, denn für KMU gelten ermäßigte Registrierungsgebühren. Die Registrierungsperiode für Face-In-Stoffe mit niedrigen Tonnagen von 1 bis 100 Tonnen pro Jahr läuft am 31. Mai 2018 ab. Da es die letzte von insgesamt drei Registrierungsperioden ist, wurde Ihr Stoff vielleicht schon zu einer der bereits abgelaufenen Fristen in 2010 oder 2013 registriert. Dies können Sie auf der Webseite von Ecker nachsehen, wo Stoffinformationen veröffentlicht werden. Dort und in REACH IT finden Sie auch erste Hinweise zum führenden Registranten. Nach der Vorregistrierungsfrist am 30. November 2008 wurden zunächst die Stoffe über 1.000 Tonnen pro Jahr sowie besonders gefährliche Stoffe bis 2010 registriert. Die Ecker hat 20.000 Dossiers für 3.400 Stoffe erhalten. Bis 2013 wurden Stoffe von 100 bis 1.000 Tonnen pro Jahr registriert. Dies waren insgesamt 3.000 Stoffe und 9.000 Dossiers. Bisher stammten etwa ein Drittel aller Registrierungen von deutschen Herstellern oder Importeuren. Für 2018 erwartet Ecker die Einreichung von bis zu 70.000 Dossiers für etwa 25.000 Stoffe. Etwa ein Viertel der Registranten werden kleine und mittlere Unternehmen sein. Um unerfahrenen kleinen und mittleren Unternehmen als Registranten zu unterstützen, hat Ecker gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten und der Industrie den Aktionsplan REACH 2018 aufgestellt. Die sechs Meilensteine zur erfolgreichen Einreichung einer Stoffregistrierung sind 1. Die Inventur und Bestimmung der Registrierungsfrist 2. Finden Sie Ihre Mitregistranten oder den führenden Registranten 3. Kooperieren Sie mit Ihren Mitregistranten oder erwerben Sie ein Letter of Access 4. Beurteilen Sie gemeinsam die Gefährdung und die Risiken, um 5. Ihr Registrierungsdossier zu erstellen 6. Folgt die Einreichung des Dossiers Lassen Sie mich jetzt einen näheren Blick auf die Registrierungsschritte werfen. Dabei möchte ich Ihnen vor allem die Unterstützungsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen im Rahmen des Aktionsplanes REACH 2018 aufzeigen. Die Aktionsseiten REACH 2018 sind dabei Ihre erste Anlaufstelle zu den vielfältigen Informationen der Ecker. Dort finden Sie Schritt für Schritt praktische Hilfestellungen und Links zu den relevanten Webseiten der Europäischen Chemikalienagentur. Ecker hat den ersten Registrierungsschritt am 24. Juni 2015 mit einem Online-Seminar Know Your Portfolio and Start Preparing Now eingeleitet. Einen Link zu der Aufzeichnung dieses Webinars finden Sie auf der Aktionsseite REACH 2018. Sie beginnen den ersten Schritt mit einer Inventur und der Überprüfung der Registrierungsfrist. Lesen Sie hierzu auch den Ecker-Leitfaden, Chemikaliensicherheit und Ihr Unternehmen, sowie die branchenspezifischen Hilfestellungen zur Stoffidentifizierung. Als nächstes müssen Sie Ihre Mitregistranten oder den führenden Registranten finden. Sie waren eingeladen, am betreffenden Online-Seminar Find Your Co-Registrants and Prepare to Work Together am 18. November 2015 zu besuchen. Auch dieses Webinar wurde für Sie aufgezeichnet. Zur Kooperation mit Ihren Mitregistranten finden Sie praktische Hilfestellungen auf den Webseiten der Ecker. Zum Beispiel 10 Schritte zur Verhandlung über die Teilung von Daten Die Europäische Kommission wird Anfang nächsten Jahres voraussichtlich eine Durchführungsverordnung zum Datenaustausch verabschieden. Diese stärkt Ihre Rolle gegenüber dem führenden Registranten und bestehenden Konsortien. Sie unterstützt aber auch die Behörden bei der Durchsetzung des Prinzips Ein Stoff, eine Registrierung. Gemeinsam mit Ihren Mitregistranten beurteilen Sie die Gefährdung und Risiken Ihres Stoffes. Auf den Webseiten der Ecker finden Sie einen Wegweiser zur Erhebung und Beurteilung von Stoffinformationen. Ergänzend wird Ecker 2016 einen praktischen Leitfaden zu den Informationsanforderungen für Stoffe von einer bis 100 Tonnen pro Jahr und eine Checkliste für die Stoffe, für die ein reduzierter Testumfang ausreicht, veröffentlichen. Zu unseren Instrumenten KESA und der CUSA Toolbox finden Sie einführende Informationen auf unseren Webseiten. KESA ist ein Werkzeug zur Unterstützung von Registranten bei der Erstellung der Stoffsicherheitsberichte. Er wird derzeit überarbeitet und die neue Version erscheint Mitte 2016. Der nächste Schritt ist die Erstellung des Registrierungsdossiers in Juclid. Mitte 2016 veröffentlicht Ecker eine neue Generation dieser Software, Juclid 6. Es zeichnet sich durch eine einfache Installation und integrierte Hilfefunktionen aus. Die Beta-Version steht Unternehmen bereits seit Juni 2015 zu Testzwecken zur Verfügung. Der letzte Schritt ist die Einreichung des Dossiers in ReachIT. Auch diese Internetplattform zur Kommunikation zwischen Industrie und Ecker wird 2016 grundlegend überarbeitet. Die neue Version wird über eine intuitive Benutzeroberfläche und Checklisten für die verschiedenen Einreichungen verfügen. Auch ReachIT wird eine integrierte Hilfefunktion anbieten. Und als letzten Schritt denken Sie bitte daran, dass es die Aufgabe aller Registranten ist, Ihre Dossiers immer auf dem neuesten Stand zu halten und gegebenenfalls ein Update einzureichen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick über die Stoffregistrierung unter Reach verschaffen. Diese und weitere nützliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite des Aktionsplanes Reach 2018. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.